um noch ins Bett zu gehen 5 vor 4 ihr kleines Splasher das ist wirklich noch sehr early ich habe hier meine Compilation habe mal ein bisschen durchgeguckt das geht ja hinten noch weiter ihr kleines Pleaser ich habe noch viel mehr denkt jetzt ja nicht dass das alles ist ich habe hier übrigens hier guck mal hier die ganzen Dallas alter 3 4 5 6 7 wo ist 7 hier 7 da ist 7 ja die habe ich jetzt eigentlich gerade 7 seht ihr 8 8 9 10 11 11 12 ist auch noch irgendwo alter wo ist 12 ich habe wirklich noch 12 also 13 14 fehlen mir noch von uns ach hier guck mal hier ist 12 guck mal hier ist 12 alter 12 erst mal rein standen 12 ist season 12 jetzt fehlt mir noch 13 und 14 und dann eins habe ich hier in den alten Fassungen hier sind die alten Dallas da sind die das sind noch die alten das please out natürlich hier meine beiden lights schon on im Hof Collection ganz wichtig für alle Freakies die ist natürlich Angie Meissner ist natürlich ganz Pflicht hole ich immer mal raus das Ding deshalb lasse ich das gleich in der Form ja auch irgendwo den Out of Justice Movie von Seagal Alter da schießt da jemand mit einer Schrotflinte den Bein weg also da Deadly Revenge Deadly Revenge holen wir da noch mal raus und das ist eine Version die ist ungeschnitten hat keine FSK 18 Fassung also da steht dann nur SP Spio Dingsbums da seht ihr Spio JK oder so Alter das ist echt nur ich sag tschüss Bobby Ewing Season 7 und Pamela Barnes Ewing geht jetzt auf den elektrischen Bull Rider also die Männer die Bull Riden ja im Reel und Mark Raisin küsst sie jetzt und Bobby ist immer noch nicht klar gekommen damit alles ist da das war's, Jerry B. Anderson und einen kleinen Vlog für euch hier kleinen Splasher Blue Stars on the way und wir sehen uns zu Weihnachten wieder mit einem Fantastic Vlog aber vorher auch schon denn ich vermine es bei ihnen